Ja, also für uns als vom Berufsstand der Planenden her, denke ich, suchen wir als allererstes starke Bauherren, die sich einmal beraten lassen, die letztendlich aber auch dann die Kraft aufbringen zu sagen, ich will das eine und ich will das andere. Aus der Perspektive der Wohnungswirtschaft bedeutet gutes Wohnen, dass wir bedarfsgerecht anbieten, dass wir den Menschen ein sicheres Zuhause geben und dass es bezahlbar ist und dass es zukunftsfähig ist. Das bedeutet gutes Wohnen für uns. Es gehört auch Mut zur Entscheidung und das ist immer wieder das Thema, wenn man lange zögert, geht man auch lange schleifen. Denn letztendlich wollen wir ja versuchen, auch die Interessen der Bauherren umzusetzen und dass nicht wir uns ein Denkmal schaffen, sondern dass wir eigentlich ein Nest den Bauherren bauen, was sie auch wirklich wünschen.